sehr wohl drachenplattenhelm der höchsten zerstörung wir finden jetzt schon so ausrüstung kommt eigentlich selten vor dass man sowas findet normalerweise schmiedet man einfach sowas ich suche erstmal ein Bett warte mal ja auf Wiedersehen, hallo ich muss ins Bett vorher gehe ich nirgendwo hin na, hier nicht, also stark eine Heilung, was von mir? kleiner Seenstein, ach komm was ist hier? eine Adeptentruhe keine Schlafräume das kann ja wohl nicht wahr sein das kann ja wohl nicht wahr sein aha ach guck mal da leben ja noch ein bisschen zu viele Leute hier hier haue ich mich erstmal hin oh, Silberbach ach ne, Stahlbach gebratener Fasan Knoblauch nice, nice, nice wir gehen zurück wir gehen zurück ich hoffe wir sind hier richtig ja, sieht gut aus oh, abends scheiße oh, man hab ich ein bisschen die Zeiten verwechselt scheiß Dreck Leute da geht mein Mausier an mir vorbei und ich erschrecke mich das what the Fred ey ne, da muss ich jetzt was trinken ey auf den Schock ey ey guck mal ey 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 jeste ey 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 ä ey 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 Ja. Ich wollte schon sagen, hoffentlich ist er jetzt der Einzige, der gerade hinter mir ist. Ähm, Wilkas? Oh, ich wollte schon sagen, ey. Ah, der beste Gestalt ist gerade nicht verfügbar. Laufen wir einfach mal ins Lager vorbei. Mann, ey, was ist denn das hier? Ich weiß jetzt nur nicht, für wie lange nicht mehr. Wobei, hier kann man doch einen sehen, oder? Ja, gut, Kräfte können nur einmal am Tag eingesetzt werden, ja. Macht Sinn. Maui! Åh! Ah! Ach komm, hier an der Kreuzung wartet 100 Bro noch ein Assassiner auf mich. Nicht? Ah, dafür Kultisten, ja super. Mann, 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 Mann. Dankeschön. So... Da kriegt es ja mal eine Naschtüte hier. Das ist ein No-Go. Ach was. Da vorne haben wir es wieder. Weißlauf. Schon wieder. Mann ey. Der steht ja immer noch da. Von wegen, ihr habt es in unserer Kontrolle. Nix nutze. Nix nutze. Ach warte mal. Gab es hier nicht noch eine Geheimtür? Nach Weißlauf. Ist auch da wo ich gehofft habe, dass ich da raus käme, aber... Irgendwo hier so an der Wand. Das ist ein No-Go. Amen. Ah, von Deaton. Natürlich. Ey. Ah, von Deaton. Echt hat das Leben. Echt so? Oh! Echt so? Echt... Echt? 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 Cool, wa? Ja. So. So. Aus. Moment, was war doch da irgendwo? Oder nicht? War wohl doch nicht hier irgendwo. Ist ja auch egal. Was suche ich noch Ewigkeiten, jetzt bin ich ja wieder im Weißlauf. Und wir können unsere letzte Mission erfüllen. Zu Ehren der Toten. Wohl an denn. Oha. Und für uns nehmen wir Abschied. Ausgerechnet da. Sein Geist ist von uns gegangen. Mitglieder des Zirkels. Wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern. Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrat? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Es ist mir eine Ehre, sie zurückzubringen. Jetzt redet doch nicht so blumig, Junge. Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt da noch eins, das Kotlack stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Da bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich weiß es zu schätzen. Weislauf gehört jetzt den wahren Söhnen von Himmelsrad. Genau wie es sein sollte. Den kann man auch gar nichts recht machen, ne? Den Eolund. Hätte ich das andere gesagt, dann hätte er auch wieder gemeckert. 100 pro. Die besten Menschen sind mal die Toten. Ach toll. Was habe ich da jetzt genommen? Weg. Das wollte ich dann überhaupt nicht. Fragment von Wutrat. Eolund, ich komme. Hä, wo ist er? Halt, wohin geht der? Ihr seid zurück. Ich habe Kotlacksfragment. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Äh, nein. Die sind doch alle nach unten gegangen. Die sind doch alle nach unten gegangen. Die sind doch alle nach unten.